Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Therim. Jetzt geht's los, denn ich möchte mit euch eine neue Let's Play Reihe beginnen. Und zwar mit Fußballmanager 18. Ja, das Spiel wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt. Seit 14, ja, gibt's das nicht mehr. Aber dank die Leute von den FFM Zocker, ja, die haben den Datenbank, ja, eigentlich jährlich weiterentwickelt. Beziehungsweise auf den aktuellen Stand gebracht. Und da dachte ich mir so, ähm, Denise, steht ja die WM vor der Tür. Und da dachte ich ja, man könnte ja mal wieder Fußballmanager zocken. Und dann dachte ich mir dann auch noch, hey, mach mal ein, ja, Let's Play draus. Und, ja, ich würde mal sagen, wir fangen gleich mal an mit einem neuen, mit einem neues Spiel. Boi Moin. Ich habe mir da schon was überlegt. Und zwar mit einem, wir fangen mit dem Standortmodus an. Mhm. Und zwar mit Entlassung spielen wir. Mit Mitarbeiter spielen wir. Und, äh, sei Gesamtsteiger. Das wollen wir. Dann, Datenbank aus Editor wollen wir. Und keine Transfer im ersten Transfer, ähm, Fenster. Mhm. Mit zukünftigen Transfers spielen. Das wollen wir. So. So sieht das hier aus. Ähm, insgesamt sind das 33 Ligen, was ich aktiviert habe. Ich habe, äh, einmal die erste von Argentinien, ähm, geladen. Denn die erste Liga von Brasilien, von Deutschland, äh, ja, Oberliga, ähm, warum, warum von Oberliga? Ähm, ich möchte da einen, einen Verein nehmen, was ich schon mir ausgesucht habe. Und mein Ziel ist es, ganz nach oben zu kommen. In der Bundesliga. Und dort alle Titels zu, ja, äh, äh, ja, gewinnen. Ähm, ja, dann geht es weiter. England. Ähm, Primär League, ja, äh, genau. Frankreich auch die erste Liga. Äh, äh, Italien auch die erste Liga. Österreich auch. Und Schweiz auch. Genau. Und Vereinigte Staaten. Genau. Das sind insgesamt 33 Ligen. Hm, ja. Jawohl. So, den habe ich beim Manager schon mal angelegt. So, ich habe auch vieles runtergeladen von FM Zocke und, und auch noch von FM Trikots und von YouTube. Etliches, wie, ähm, Trainingspläne, wie, ähm, ähm, Spielebilder, et cetera, pp. Ähm, ja, das ist mein Manager. Wir können den uns mal angucken. Bearbeiten wir mal. Ja, Schwierigkeitsgrad, alles auf normal. Ich würde mir das nicht so schwer machen. Ähm, nee, ich bin eigentlich älter. Ich bin 84 geboren. 17.7. ist auch mein richtiger, ähm, Geburtstag. Ähm, Thierrym, von YouTube. Ähm, Deutsch. Nee, so. Didam, 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 mein Bildchen. Alles richtig. Eigentlich, eigentlich, warte ich mal zurück, wollte ich Rostock gerne machen. Aber, da Rostock, so ist mein Bild, da viel Let's Plays von Rostock bereits gibt, dachte ich so, nee, so nicht, so nicht. Ähm, pipa, 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 pipa. Ähm, nee, alles so richtig. So. Gucken wir mal, welche Verein wir ausgewählt oder ich mir ausgewählt habe. Und zwar, in der Bundesliga sind so wenig Vereine von den, ja, Ostvereine, so zu sagen. Darum habe ich mir einen Ostverein ausgesucht, und zwar hier, und zwar den FC Mecklenburg-Schwerin. Da ist das. Wollen wir mal reingehen? Äh, Nationalmannschaft möchte ich nicht. Ja, mache ich mal gleich als erstes. Bisschen Musik an. Habe ich bewusst jetzt erst mal abgeschaltet. Da ich mehrere Anläufe brauchte, um diesen Intro jetzt zu machen. So, so sieht ja die Liege aus. Aber gucken wir uns näher mal genauer mal an. Gesicherte Mittelfeld. Ähm, ich würde mal sagen, nein, unterste Mittelfeld. Ja, genau. So lassen wir das. So, das sind wir schon. Einmal Schnellspeicherung. Genau, das wird ein Dauerdesplay werden. Ähm, wie schon gesagt, ich möchte so in Bundesliga hinwandern. Und beziehungsweise alle Titel erwirtschaften oder erringen. So, einmal brauche ich Sound. Zack. Zack, 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 zack. Menü. So, alles auswählen. Und let's go. Coole Sache. So. Ich mach mal ein bisschen lauter. Das bearbeite ich nachher noch mal ein bisschen. So. Ich denke, das passt so. Einmal hier mal durchgehen. Das möchte ich nicht haben. Toolsist möchte ich auch nicht drin haben. Biba, biba, bumm. Biba, biba, bumm. Wie schon gesagt, ich hab alles auf normal gestellt. Ich möchte das nicht zu schwer haben. Dann möchte ich Vorstellung. Dann möchte ich hier Mails mit rechten Maustaste direkt löschen. Äh, jawohl, jawohl, jawohl. Ich möchte ohne Interviews spielen. Obwohl, lass ich jetzt mal an. Lass ich doch jetzt mal an. So. Ähm, ich spiele hauptsächlich in 3D. Spiel. Aber das werden wir uns gleich näher angucken. dann möchte ich eine Sprache lernen, sonst war Englisch, dann möchte ich schon mal ein Segeln üben. So, ich gehe immer gerne von rechts nach links. Machen wir erstmal die ganze Einstellung. So, Stadion. Gucken wir uns mal das Stadion an. Es sollte eigentlich 1500 Stehplätze haben. Genau, so hat das original Stadion auch. 1500 Stehplätze. Ist nicht viel, aber das werden wir alles schön ausbauen. Sehr schön. Dann geht es weiter. Infrastruktur. Machen wir gleich. Mitarbeiter. Das sind alle original Mitarbeiter von Mecklenburg Schwerin. Enrico Neitzel ist eigentlich der Trainer. Den habe ich auch runtergezwitscht. So Co-Trainer. Aber sonst sind das alle wirkliche Mitarbeiter. Teilweise aber auch. Also mit dem Alter stimmte nicht. Stimmt nicht und so. Bilder habe ich auch noch nicht drin. Nee, nee. Aber das mache ich vielleicht noch. So. Ich möchte bloß hier einmal alles einstellen. Stellt Markus, stellt man die Jugendmannschaft auf? Dann möchte ich nicht. Verpflichtungen möchte ich gerne übernehmen. So. Stadion. Umfeld. Alles okay. Jawohl. Legt Strafen fest. Nee, brauche ich nicht. Mach's schnell. Definiert Ablöse. Brauche ich auch nicht machen. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Das mache ich alles. Überwacht. Das mache ich auch. Verlängene Mitarbeiterverträge. Jawohl. Stellt Mitarbeiter verhandeln. Jawohl. Jawohl. Nee. Peter Klein macht mal die Eintrittspreise. So. So. Dann gucken wir uns die Infrastruktur an. Und zwar das hier. Da habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar. Wir fangen mal ganz oben an. Ähm. Eins. Eins. Mit Gastronomie fange ich an. So. Da unten brauchen die nichts essen. Alles gut so. So. Dann geht es weiter. Mit Station. Möchte ich gerne 200 haben. Und dann gucken wir mal, ob das, ob die Hälfte auch weggehen. Auch ganz. Ähm. Bis da möchte ich 200 haben, bitte. Hochglanz. Auch voll Attacke. So. Dann möchte ich hier. Ne. 100 bitte. Auch wieder Hochglanz. Und so. Und wenn es fast leer ist. Möchte ich eigentlich. Keine. Nichts verkaufen. So. Dann wird das auch erledigt. Toiletten. Gibt es hier nichts. Bei fast leer. Gibt es erst bei wenig besucht. 1. Ne. Quark. Toiletten gibt es gar nicht. Gibt es gar nicht. Können sie irgendwo hinpinkeln. So. So. Fein. Ähm. Bei Ausverkauf möchte ich den 1000 haben. Von Nahverkehr. Da gibt es 0 bitte. Also gibt es nicht. Okay. Okay. Haben wir das auch erledigt. So. Das haben wir erledigt. Sponsoring. 5 Jahre. Uiuiuiui. Ne. 1 Jahre. Bitte. So. Ich komme auch ein bisschen runter. 5 Jahre. Ich glaube bei Ihnen. Hakt. 5 Jahre. So. Treffen wir uns. Irgendwo. Premium brauchst du mir nicht. Bis dahin. Ach komm. Ein Jahr. Echt jetzt. Das siehst du. Geht doch. Geht doch. So. Was haben wir noch so schönes? Vier Jahre. Fünf Jahre. Leute. 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 Na gut. Ähm. Kartenbefreude. Ja. Trikots. Ja. Trikots. Habe ich selbst. Ähm. Zusammen gepastelt. Ähm. So sieht das ungefähr. Ungefähr. Ähm. Aus. Das ist meine erste Version. Hier unten kommt da noch irgendwas hin. Ich glaube hier oben haben sie auch irgendwas. Und auswärts. Sieht ungefähr auch so aus. Ungefähr. Ungefähr. Aber werde ich nochmal rangehen. Weil ich hier oben das. Das gefällt mir noch nicht. Das Original Trikot sieht anders aus. Also. Da muss ich nochmal bei. So. Dieter Dieter Dumm. Dieter Dieter Dumm. Mitarbeiter haben wir. Verträge. Ja. Verträge. Die laufen alle natürlich aus. Da müssen wir ran. Da müssen wir echt ran. Aber das machen wir. Immer eins nach den anderen. Haben wir alles? Gut. So. Kaderplanung machen wir noch. Scouting. Können wir gleich alles einstellen. Ich möchte dich gern haben. Jawohl. Und zwar möchte ich. Hm. Hm. Ja. Machen wir um 50. Die soll schon recht jung sein. So. Bis 20 gehe ich. Mal realistisch. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr die Scouting überprüft. Und du bitteschön auch. Sehr schön. Heinz. Mach das mal. Was auch immer das war. Boll. 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 Das ist ein Wein. Jawohl. Mach mal. So. Jetzt kommen wir mal zu die Mannschaft. Nein. Kalender. Wir fangen oben an. So. Wir gucken mal, wann es los geht. Am fünften. fünften möchte ich hier erst mal probetraining brauchen wir nicht machen weil wir kein geld haben tag der jugend machen wir mal denn geht's los mit trainings lange und zwar möchte ich gerne schwerpunkt fitness wir können das zu hause machen oder wir fahren irgendwo hin so teuer soll das ja natürlich auch nicht sein 1 4 fitness offener fahner 74 das ist ein batzen geld ne aber das kriegen wir alles wieder rein so denn zwischendurch möchte ich gerne ein paar freundschaftsspiele haben sortieren bitte da gibt es noch starke starke gegner na gut na gut na gut nützt ja alles nix das kriegen wir schon irgendwie hin einmal ähm freundschaftsspiel so wir ok vor einer von mir aus perfekt damit die einlackertest machen und dann machen wir das übliche sponsoren tag den fanclub treffen denn saison eröffnung spieler feier brauchen wir noch nicht probetraining ja habe ich schon gesagt das lohnt sich eigentlich gar nicht weil kein geld so dann gucken mal ob wir geld hier reinkriegen und zwar ein chaos system wen können wir da schönes einladen header psc können wir einladen wir müssen jetzt mindestens 60 haben es gibt alles money unterschreiben wir mal ne verhandeln wir mal ein bisschen verhandeln wir mal gut dann unterschreiben wir mal perfekt hier machen wir das gleiche spiel normal das gleiche spiel noch mal mit chaos system hannover 96 flensburg kann auch noch kommen und darmstadt müssen wir mindestens 50.000 haben coole sache hier ist am wenigsten dann müssen wir einmal ein bisschen verhandeln machen wir aber lieber so haben wir es gucken wir mal die erste mannschaft an ja spielebilder habe ich selbst gemacht ähm alle passen so außer einen den musste ich ein bisschen zusammenbasteln den muss ich glaube ich nochmal neu machen der kopf passt nicht so wirklich der den der Sandro das passt nicht so sonst habe ich alles selbst gemacht so mit die Aufstellung gucken wir uns auch nochmal an ich möchte eine 4132 haben ich habe mir da schon Gedanken gemacht wie ich die Mannschaft gerne haben möchte können wir heute auch nochmal machen ich möchte erstmal Küsch raus haben wir können auch eigentlich so mit Torwolle passt das links möchte ich gerne Laufmann war das Laufmann haben in der Mitte Innenverteidigung möchte ich den Gerghoff gerne äh das passt Schmeling passt äh Barkhoff ja so 730 defensiv das passt das passt das ist eigentlich egal heute heute leider die LM Leute brauche ich gar nicht in meiner Aufstellung mal gucken ob ich die noch ein bisschen umschulen kann ich brauche eher die LM zur Not kannst du auf 42 runter Schauen wir mal so einmal kurz mal das ja unter so mittelfeld ja das haben wir auch schon so haben wir auch gemacht so das haben wir erledigt damit die erste schritte heute schon mal gemacht Leon Reimann also meine Nase kribbelt ich muss mal niesen oder auch nicht so ich möchte alle nach Hause schicken außer die besten die kuh also die beiden die gerüstlichen leute möchte ich nach Hause schicken so hause auch nase hause nach hause nach hause möchte ich überhaupt nicht haben einfach so schlecht obwohl zwei sind auch eigentlich gar nicht so durchschnitt ja ja komm ab nach hause 24 sind alle über 40 so nach hause und lukas auch nach hause so das gleiche spiel machen wir auch den haben wir eigentlich so gut wie alles geschafft was ich gerne heute machen würde auszuschicken ja wenn die anregungen hat mir gerne her damit einfach einen kommentaren reinschreiben genauso schicken nach Hause 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 schicken und den letzten Applaus so was werde ich so schön den folgen machen ich werde ich werde mir die spiele aber stop wir haben was vergessen training training und zwar langfristig ich habe da was eine menge trainingspläne runtergeladen wenn ich das schaffe werde ich das in den kommentaren in den beschreibungen da unten rein schreiben wo ich das her habe oberliegen sind wir was sehr wissen und es liegen genau so passt schon so Was wollte ich? Achso. Wollte ich nicht aktivisieren? Nein, ich habe Sturm. Ups. Einmal kurz mal alles sortieren. So, das machen wir hier, das muss jetzt passen wie das, muss ich echt, 80 war das, 30 glaube ich, irgendwie sowas war das. So, bie-ba-bim-bam-bum, bie-bam-bim-bam-bum, bie-bam-bam-bum, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. So. Genau, was werde ich zwischen den Folgen machen? Ich werde mir jeden Spieler schnappen und einfach die Trainingsziele anpassen. Ich werde mir die schlechtesten erstmal aussuchen und das denn ich rüber zwischen Reflexe zum Beispiel, Abschlag, ich weiß nicht ob man Balance braucht, Fangsicherheit, Ausdauer, Schwungkraft, und da gehe ich dann halt dann immer weiter bis ich alle Leute fertig habe. So. Speichern. So. Einmal zwischenspeichern. Ja, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. in der nächsten Folge. Wie geht es denn los? Da werden wir im Trainingslager bestimmt mal Hallo sagen und die ersten zwei Spiele mitnehmen. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. So. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Für einen Daumen hoch und wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Also bis dahin viel Spaß bei meinen anderen Videos und Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.